Gerade bei chronischen Wunden haben wir häufig eine sehr enge Beziehung zu den Patienten, da wir sie über einen langen Zeitraum begleiten und ihren Leidensweg hautnah miterleben. Hier bedarf es fundierter Fachkenntnisse, Geduld und professioneller Wundversorgungsprodukte, die die Wundheilung zuverlässig unterstützen. Die patentierte Hydrofiber-Technologie von Convatec ist so ein zuverlässiger Partner in der Wundversorgung. Bereits vor 25 Jahren entwickelt, bildet die Hydrofiber-Technologie von Convatec die Basis für die Aquacell-Wundverbände, die hinsichtlich Exudatmanagement, Wundrandschutz und Infektionskontrolle einzigartig sind. Doch was macht die Hydrofiber-Technologie so besonders? Die einzelnen Fasern des Hydrofiber-Wundverbandes reagieren, sobald sie mit Wundexudat in Kontakt kommen. Sie quellen auf und bilden ein formstabiles Gel, welches überschüssiges Exudat sicher einschließt. Das Gel trägt zur Schaffung eines idealen feuchtwarmen Wundheilungsmilieus bei. Schädliche Bestandteile im Exudat, wie beispielsweise Bakterien und Enzyme, werden im Wundverband eingeschlossen. Unversorgte Bereiche, sogenannte Toträume, in denen Bakterien und Biofilmen sich vermehren können, werden durch das Gel eliminiert. Das komplette Aquacell-Portfolio bietet nicht nur Fachkräften eine sichere Versorgung der Wunden, sondern steigert gleichzeitig die Lebensqualität der Patienten. Denn die Fähigkeit, Exudat und seine schädigenden Komponenten einzuschließen, schützt die intakte Wundumgebung und verhindert Macerationen durch vertikale Absorption. Aquacell-Extra eignet sich für die Versorgung von mäßig bis stark exudierenden akuten und chronischen Wunden als Primärverband oder Wundfüller. Wundverbände, die auf der Hydrofiber-Technologie basieren, sind weich, flexibel und passen sich dem Wundbett exakt an, verhindern Macerationen durch vertikale Flüssigkeitsaufnahme, sind effektiv auch unter Kompression, können nach Bedarf gefaltet und geschnitten werden, unterstützen das autolytische Dribidement und Belagentfernung, sind wirtschaftlich durch längere Tragedauer und zuverlässigen Wundrandschutz, sind einfach stark, reißfest und sicher, auch in feuchtem Zustand. Aquacell-Extra Wundverbände sind die einzigen Wundauflagen mit der Hydrofiber-Technologie und mit 25 Jahren globaler, klinischer Erfahrung eine sichere und zuverlässige Wahl bei ihren täglichen Herausforderungen in der Wundversorgung.